Guten Abend, willkommen zu Vertigo von Alfred Hitchcock. Ein Film über die Fesseln der Begierde, ausgetragen auf dem Schlachtfeld der Mode. Den Film habe ich für diese Reihe ausgewählt, als einerseits, weil unbedingt ein Hitchcock-Film in der Reihe sein musste. Es gibt wohl kaum einen Regisseur, der sich so mit Begierde und eben auch Sehnsucht, Desire und den Terror, den das auslösen kann, beschäftigt hat, wie Alfred Hitchcock. Und Vertigo habe ich auch deswegen ausgesucht, weil er viel mit mir persönlich zu tun hat. Sie sehen, ich trage das Vertigo-Kostüm von Kim Nowak und wie es dazu gekommen ist, werde ich Ihnen auch gleich erzählen. Einerseits hat der Film sehr viel mit mir zu tun, weil ich meine Abschlussarbeit am Britischen Filminstitut, wo ich studiert habe, über das Filmkostüm der 50er-Jahre geschrieben habe und eben das Ganze aus feministisch-psychoanalytischer Sichtweise analysiert habe. Dann hat es aber Vertigo auch sehr viel mit mir zu tun, weil es eben, also Vertigo ist ja ein Film über das Pygmalion-Thema. Es ist ein Mann, der sich versucht, die perfekte Frau zu schaffen. Und in diesem Fall ist es ein Mann, der durch ein Trauma entmannt wurde und nun sich durch die Erniedrigung der Frau versucht, sich wieder zu ermannen. Das ist nun der Horrorteil der Geschichte, aber dieses Pygmalion-Thema interessiert mich eben sehr, weil eben zum Beispiel mein Mann, Bernd Eichinger, hatte auch ein extremes Pygmalion-Thema. Also bei seinen Filmen hat er immer sehr großen Wert auf die Kostüme und das Make-up und die Haare gelegt. Also hat fast jeden Regisseur in den Wahnsinn getrieben, weil er immer wieder auf den Haaren herumgehackt hat und dann manchmal sogar ins Bild gesprungen ist und nochmal an den Haaren herumgezupft hat. Und das kann natürlich auch Frauen, mit denen er zusammen ist, in den Wahnsinn treiben. Bei uns hat das ganz gut gepasst, weil ich eben auch durch meinen persönlichen Hintergrund, also akademischen Hintergrund, mich sehr für dieses Machtspiel, das sich hinter der Mode verbirgt, interessiere. Ich finde das faszinierend und ich empfinde es als Spiel, ich empfinde es nicht als ernst. Und wir hatten halt viel darüber geredet, über seine Pygmalion-Geschichte und Mode und was das bedeutet. Wie Oscar Wilde sagt, nur oberflächliche Menschen interessieren sich nicht für die Äußerlichkeiten wie Mode. Gut, wir hatten uns dann irgendwann entschieden, das war ein sehr großer Spaß, dass ich mir das Vertigo-Kostüm nachschneiden lasse. Und das war eben dieser doppelte Rittberger der Pygmalion-Geschichte und dieses Machtspiels. Und das war sehr amüsant, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie Woody Allen sagt, eine Beziehung funktioniert dann, wenn sich die Neurosen und Fetische überkreuzen. Viel Spaß!